Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 5 Auftrag, verwende D-Werfer. Insgesamt sollen wir drei D-Werfer verwenden. Wir machen die Aufgabe einmal kurz zusammen. Ich empfehle euch, begebt euch genau hier an diese Stelle bei Shimmering Schrein. So, hier angekommen haben wir hier auch gleich den D-Werfer. Zack, den benutzen wir kurz, damit haben wir eins von drei. Jetzt könnt ihr natürlich einfach wieder zurücklaufen und denselben nochmal benutzen. Damit hätten wir zwei von drei. Aber da es hier drei Stück gibt, zeige ich euch kurz noch die anderen beiden. Dazu müssen wir hier einfach nur den Berg rauf. So, dann halten wir hier den zweiten. Nutzen wir den kurz. In dem Fall wäre die Aufgabe jetzt abgeschlossen. So, dann halten wir uns einfach hier am Rand. So, und dann haben wir da vorne den dritten. Den benutzen wir dann auch kurz. So, damit hätten wir dann alle drei. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.